Das hier ist aus unserem Tochtop gekommen. Let's go for some trails then. Haha, yeah! Für die Würze beim Shampoo ist das auf jeden Fall gesorgt. Auto! Guten Morgen Leute und damit herzlich willkommen zu Tag 5 der Alpenüberquerung. Das ist unser Schlafplatz. Morgen! Warum denn immer, wenn man gerade ist, aufgewacht? Damit ihr von Anfang an dabei sein könnt. Es war richtig kalt die Nacht. Wir hatten Reif auf unserem Tag. Also es hatte unter 0 Grad. Der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang waren magisch. Wir sind extra früher aufgewacht dafür. Jetzt haben wir schon nach sieben unsere gewohnte Aufstehenszeit. Und das hier ist aus unserem fast abgespülten Kochtop gekommen. Sehr, sehr cool. Zahn packen, Sachen trocknen. Und Frühstück am Gipfel ist angesagt. Let's go! Yo, Tag 5 sollte ein richtig schöner werden. Wir sind vom Kolder Leck in der Früh gestartet. Und sind runter ins Tal gefahren. Richtig coole Abfahrt. Richtung San Viglio de Marebe. Dann wieder rein ins Tal bergauf. Richtung Paso Limo und Lago Limo. Da haben wir auch richtig schöne Aufnahmen von. Haben wir am Mittag gemacht. Am Nachmittag ging es dann runter nach Cortina dan Pezzo. Und eigentlich nur an der Superstrada 51 entlang. Bis Venus di Cadore, wo dann unser Schlafplatz sein sollte. Also bleibt dran! Wir sind jetzt ziemlich ready. Genießen ein letztes Mal das schöne Panorama. Und dann geht es erstmal bergab. Was steht heute an? Wieder 1200 Höhenmeter. Hoffentlich über 70 Kilometer. Los geht's in Gaudi. Los geht's in Gaudi. Schlafplatz Das ist ein Kraner. Ja! Rappen! Auto! FIGHTING TO CREATE A SONG I DON'T WANNA MISS A BEAT AND ON AND ON WE'LL GO THROUGH THE WASTELANDS THROUGH THE HIGHWAYS TILL MY SHADOW THROUGH THE SUN RAINS AND ON AND ON WE'LL GO THROUGH THE WASTELANDS THROUGH THE HIGHWAYS AND ON AND ON WE'LL GO Abstand Wir sind jetzt in den Dolomiten, mittendrin überall Steine, große Felsen wir haben jetzt ganz entspannt eigentlich 600 Meter höhenmeter gemacht machen jetzt noch mal 600 die jetzt ein bisschen steiler werden wird definitiv anstrengender als es jetzt gerade war aber oben erwartet uns ein schöner kalter see und glaubt das ist die entlohnung bis zum nächsten mal Ja, passt, passt, geht, geht. Wir sind jetzt angekommen auf der Spitze unserer Tour, also der letzte Anstieg war richtig sick, ging richtig hoch, steil, Bagger war im Weg, ein paar Leute getroffen und ein Foto geschossen. Das blenden wir jetzt hier ein. Ja, hier unsere Aussicht. Immer wieder grandios. So ist es halt einfach. Wenn man sich verdient, dann ist es halt einfach so. Und jetzt hier ein bisschen Brotzeit. Nicht wie geplant haben wir uns jetzt doch dazu entschieden, an dem See ein bisschen zu baden. Leon hatte keinen Bock. Ich habe mich dann doch dazu überwunden. Also wie ihr gesehen habt, die Kühe haben mitgebadet, die eine hat sogar reingepinkelt. Für die Würze beim Shampoo ist auf jeden Fall gesorgt. Wasser war eigentlich angenehm, würde ich sagen. Sonne scheint. Ich habe ein bisschen Sonnenband hier auf dem Arm, aber läuft auch. Na gut, jetzt geht es runter nach. Wie heißt es? Cortina d'Ampezzo. Per favore. Tortellini. Dann geht es jetzt runter ins Tal und wir schauen mal, wo wir halt machen. Dramatio. Jeden. Dramatio. Not her, bitte. Das ist richtig! Musik Links von dir Oh, Highline. Ja, es macht so Spaß. Aber mir tut der Konzki leid mit nur einer Bremse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind gerade auf dem Weg nach draußen aus Cortina, geht abwärts, richtig schön. Wir haben hier geniale Berge, 3000er von den Dolomiten, hätten gerade noch ein Eis und jetzt ist es schon fast sieben und wir sind noch ohne Schlafplatz. Die Challenge ist jetzt, guten, schönen, schnellen Schlafplatz finden, dann kochen, wir haben Maultaschen wie gestern, Gnocchi, Tomatensauce. Ein bisschen mehr diesmal als letztes, weil beim letzten Mal war wirklich viel zu wenig. Genau, so sieht es gerade aus. Wir haben was gefunden und zwar was richtig cooles. Die letzten Meter gingen recht flott voran. Wir waren noch vor einer Stunde, anderthalb in Cortina und haben eingekauft, unser Abendessen. Und jetzt sind wir noch circa 15, 20 Kilometer oder so weit gekommen, bergab natürlich mit Rückenwind. Ging richtig gut, haben wir nochmal Meter gemacht. Jetzt haben wir uns gedacht, es geht gegen acht, wir müssen jetzt mal was zum Schlafen finden. Wir haben uns schon darauf eingestellt, wir müssen da wen fragen, weil es gibt hier Naturschutzgebiet, noch und nöcher, totales Biwak-Verbot. Das heißt, wir müssen einfach irgendwo um Erlaubnis bitten, damit wir da ungestört unsere Nacht verbringen können. Das haben wir dann auch getan. Ein Mann und eine Frau, eine alte, die kam uns entgegen und die wohnen hier halt. Ich zeigte immer das Haus, wo wir die getroffen haben, also dahinter. Und dann kam die Frau und hat dann eine Einwohnerin gefragt, die Rosana, ob wir hier schlafen können. Und die Rosana hat dann zugestimmt. Jetzt schlafen wir in diesem kleinen Häuschen da in den Braunen. Davor ist so ein kleines bisschen Wiesel, da können wir auch schlafen. Das heißt, wir können auch draußen sein und wie es jetzt hinter uns aussieht, ist dann unser Ausblick sozusagen. Also mega geil, regengeschützt, auch wenn es heute nicht Regen wird. Wir haben eine Toilette in dem Häuschen, wir haben Trinkwasser am Haus. Geil, oder? Besser geht nicht. Besser geht wirklich nicht. Also es war so ein Krampf. Ich hatte wirklich gedacht, wir kriegen es einfach nicht mehr hin, müssen uns irgendwo schräg in die Wallachrei reinlegen. Also dass wir das noch irgendwie hier so geregelt bekommen, das ist wirklich natürlich auch viel Glück. Aber die Leute sind hier halt auch einfach mega nett. Fragen hilft oft, habe ich jetzt immer mehr mitbekommen. Und eben war ich jetzt auch dabei, als wir gefragt haben. Ich kann mich da immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, dass ich das auch selber könnte, wenn ich müsste, alleine. Ich bin natürlich super froh, dass wir einfach zu viert sind und uns das so ein bisschen aufteilen können. Wer macht was gut und wer ist einfach bereit, in dem Moment da den Schritt zu gehen und jemanden anzusprechen, weil es ist ja doch immer mal ein bisschen Überwindung. Vor allem mit dem Englisch, also die Brachbarriere ist extrem groß. Simple Wörter muss man dann immer benutzen und vielleicht auch ein bisschen Zeichensprache. Man kommt schon echt weit mit Pilim, also ich verstehe gebrochen Italienisch so ein bisschen und das hilft allein schon. Und dann noch mit Englisch und der Mann konnte sogar ein paar Wörter Deutsch verstehen und sprechen. Einfach super, super glücklich, das so gefunden zu haben. Aber das gibt es einfach auch. Jetzt haben wir unser Essen hier ausgepackt. Theresa schneidet gerade den Käse auf. Gefüllte Teigtaschen und Gnocchi mit Tomatenpassata von Barilla. Also schön Italienisch. Man sagt doch immer auslöffeln und ich glaube, es hält aus. Es kommt schon wieder ganz, ganz gut in die Richtung, oder? Boah, macht es nicht.